Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Mauchnummer. Shakes. Entschuldigung. Hallo. Ich habe kaum kein Video. Aber. Aber sonst. Noch keine Zeit hat er immer. Ja, ich werde jetzt mehr. Noch keine Zeit auf das Leben. Das ist heute schon der Tag. Verarbeitet sein. Mal. Verarbeitet sein. Ja. Oh. Oh. Was ist das? Mal. Kleine Festigung. So. Kleine Befestigung. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. 3 Stunden 11. Ich habe nicht. 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 Nicht. Wird hier sein. Da ist. Los begr graffiti steht. Boah! Zupul 7 Schuss Business Group. So. Und das ganze Yoga hat gar nicht steht mal aufglichen. Überflute hoffen siebzig. Ich habe hier bereits auch eine Stufe von 75. auch magia stufe 5 äh gift slash magia äh äh spielstufe 9 ja jetzt kann ich nicht mehr ich bin ja Soldaten und ich besetze auch noch nichts auch mal angreifen ich seh ich erholen was ist denn her ich bin ich bin ich bin ich bin wir ich bin im wir ich bin ich bin Das war jetzt alles auf 70 Die Aria Das war nicht was, ja So, Soldaten So, die Aria Ich muss doch mal die Einsammeln Kill Kapp Kallop Kapp 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 Also Kapp 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 D Wie Wenn ich weiß W Disability Ich Watoire Wie Mies Ich W situation So eine andere Gülde, so wie ihr seht schon mal eine 30er Stufe, 9 Gesamt, fast 12 Millen an Erfahrung. Von dem mache ich auch gerade im Moment Taverne an, aber da habe ich extrem lange Taverne. Für mich habe ich keine Gülde. Weil, äh, nicht jetzt ich halb. Von morgen habe ich ja 30 Pilze. Und den habe ich zur Zeit. Und es reicht, kurz ja noch eine Dauer. Ich kann ja nicht gehen, aber naja. Geht halt nicht. Was können wir machen? Also, wir können jetzt mal, äh, gewitschen um unseren Park des Spiels. Wie die Traverne-Patch ist. Genau, so. Widerste. Ausweichen. So. Dungeon-Media, ich habe gestern noch, äh, 5 Gesamt für die Ecken und das Dungeon. Und, ja. Ab und ein, das erste Dungeon komplett bereinigt. Ja. also sonst ist 1, 2, 3, 4 und was ich jetzt noch machen muss erstmal also wenn ich hier soweit alles bereinigt habe hier schon die ersten paar Stufen und hier auch wieder schließlich einen von den beiden kriege ich sogar meine in der letzten Etage meineselben Gesicht also gleich Charakter wie ich gegen den gleichen losgekämpfen war meistens aber wirklich Glück also ich hatte jetzt am normalen Tag Glück das war dann vielleicht stark aber ich habe immer den Griff hier reingehaut und wenn überhaupt nicht da so und derart hab mal 2.000 Liter im Winch gemacht das habe auch immer vorher alles gleich hatte so und ich habe einfach mal immer so einen schönen Glück über 800.000 ein ja mal vorbeischauen mal mit einem anderen Charakter sieht man sich nicht klingt glaube ich noch im letzten Video habe ich es gezeigt ja ja da sieht man auch jetzt 3 Soldaten in der Festung noch unter 9. Kampf war jetzt mal 10 aber es ist ganz teuer die habe ich mittlerweile gerade so muss noch überfahren werden aber das wäre nicht aber es ist 1918 kleines hart und auch nicht mehr allzu lang ich muss schon mal Glückssträhne kriegen einfach mal alle drüben die die eine oder die 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 Wie gesagt, es dauert einen Tag, acht, oder einen Tag neunten Stunden, empfehle, ich empfehle Arbeit, Arbeiter-Grab, hier auszubauen immer, nach der Festung, also wenn, wie ihr seht hier, zum Beispiel Stufe 11, dauert insgesamt vier Tage, das ist Hardcore, und, wie ihr seid, die dritte Halle, kann man neu ausbauen, in jeweilige Stufeformen in der Festung, eine Festungsstufe 15, also kannst du bis zur Festungsstufe 15, auf Stufe 15 ausbauen, die Gilde werde ich nicht zeigen, ausbestimmt sein, aber auch, wir werden mal andere YouTuber, also, lassen wir mal, was wir am Anfang haben, hier, haben wir ja auch schon, äh, so, wie ihr seht, 2, 4, 6, 8, 9, dann so, verreinigt, naja, weiß ich das ja nicht, das meiste ja schon, ja, ich hab auch schon ein Schattenbild, bin aber noch immer starb, ich hab auch schon bei 1, dann kann das kommen, ja, ich hab auch schon mal einen Pilz, ich hab auch schon mal einen Pilz, äh, guckt mal hier, 1,5 Mille, ach ne 1,5 Mille, immer Grille, immer Grille, sogar immer Gritaler, ich hab auch schon mal den 1,5 Mille drin, 1,99, ah, er will ich nicht nehmen, dann muss er ja die rumlecken so das gehen wir wo wir hier überhaupt noch ein Lunge das holen wir mal rum werden wir eher weniger klatschen den auch eher weniger das ist sehr fies die mit schmacht freu dich was ist mit dem hier da war ja keine Wüse mehr die Wüse werden aber was sonst keine ja hier ist überhaupt nicht vollkommen ne minuten ja äh wir brauchen nochmal die Taverne nochmal ja hier ist ne Gülde keine Match vielleicht auch mal 4 aber äh Klasse Klasse 7 11 so ein Dehntusch runde wir müssen noch mal korrieren also reden wegen äh der Gülde und allem ah ich bin nett der ist seit 2 Tagen nicht mehr online nur 2 Wochen noch aber wir haben insgesamt 22 Mitglieder also hier ist Platz ja wir haben insgesamt 22 Mitglieder also hier ist Platz ähm gerne wenn er kriegt vielleicht ich weiß nicht schlägst ein Fitschert muss man ne halt auch ein Schuss und hart hier 390 Volt mit sonst Pilze ja ja jetzt lasse ich hier noch die Taverne durchlaufen ja äh legen wir mal hier rein dann 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 muss man aufgeladen aufgeladen ja auf Welt 730 das wird dann auch direkt aufgeladen nach oben nach oben nach oben nach oben nach oben nach oben nach unten in Deutschland Ich werde die in die Videobeschreibung setzen, wenn ihr keine Tipps braucht, dann einfach die hier, den Haken rein machen, damit es keinen Tipps mehr angezeigt wird. Gegenstände vergleichen, wenn ihr da wieder kommt, dann würde ich euch das empfehlen. Könnt ihr nach mir suchen oder sehen wir uns in den PS2 hin. Könnt ihr mal beschreiben. Achso, so. 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 So.